Viele von euch haben doch sicherlich bemerkt, dass ich keine Videos mehr auf dem Kanal habe. Das liegt dran, da wir heute Let's Shadow 2.0 gestartet haben. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Ah, du willst teamen? Kannst mich mal, du Hurensohn. Ich glaube, ich mache jetzt eine Selbstmordaktion. Alles klar, jemand schreibt mich an. Warum greifst du mich an, du Huren? Jetzt beleidigt er mich auch noch als Hurensohn. Also ich muss schon sagen, der Server laggt auf gar keinen Fall. Also wir können eigentlich ganz easy reinjoinen. Ich würde mal sagen, alles klar, Digga, Alter. Bist nur am Stöhnen. Und viele Leute fragen sich, warum ich gerade nicht mehr so ausraste. Hey! Hey! Das war's für heute.